Ja. Dann nehme ich... Wuh, 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 was soll ich denn? Also, ich würde vorschlagen, Sie wollen unsere Kessler beschützen und die anderen greifen ihre Kessler dort an. Okay. Ich gehe die Verschade. Wir verteidigen Bisse. Weg. Ja. Ja, verdammt. Ja, verdammt. Ah, Mann, ich esse sonst dort. Muss ich sonst da. Mann, du hast die beste Position für Eriks. Ähm, oben kann man pullen. Jetzt gibt es noch eine geile Taktik. Du hast einfach das Roshan-Baby pullen. Du bekommst du verdammt. Du bekommst du verdammt. Es wird... Dann hast du in deinem Turm umgelegt. Dadurch kannst du den Dings besser einsammeln. Die Süßigkeit. Wir haben ein Bitwichter-Mode. Oh, so an Halloween ist. Oder wie immer jetzt? Äh, Halloween ist schon durch. Nur so, by the way. Ja, sicher ist das lauter Spiel. What the hell? Hey, das war gleich der Musik angefangen. Heute dreiv. Jetzt fahrts so! Ja, klingt gesagt, ich habe ein Double-Damage. Ja, ja. Wo soll ich jetzt? Nein, hätte ich. Nein, warte. Einfach. Pass, pass, pass. Du hast euch mit dem. Ja. Ja, ja. Wissen, ich habe ein Double-damage. Schett! Nehmen wir die Lande! Oh! Oh, so unten ist Skeleton-Kring! Ja, gehen wir machen! Oh-oh! Oh-oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh! Der ist Pisserli! Tötet schon! Oh-oh-oh! Irgendjemand sollte nicht davon fahren. - das wir ja nächstens ein bisschen abhasteln. Hier kommt der Rochand! Ein Rochling! cię! Geile Sache Wollt du erst einmal zurückgehen? Ich will aber jetzt ein 4.000, 3.000 Oh sorry Nein Hehe Wie lässt man das hier auf? Äh du brauchst nicht so Platz binne da Aha Oh jetzt hat Slags irgendwie Ja Ja Connection Problem Klar auch die Disconnect in 10 Sekunden Ich hasse das jetzt das ganze Team muss schiessen und der Gegner kann einfach weiterspielen Ah doch nicht Wo bin ich jetzt? Oh da drüben Aber ich kenne Ja Yes Haha Okay Geil. Läs das Candy auf! Candy! Iron Branch, ist nicht drin. Ich habe Platz, wir müssen die Candy auflösen. Du möchtest nicht drin. Geil. Ja, sie sind bei uns im Ding. Ich hole mal. Ah, du gehst mich schon gut. Ich werde sie mal rüberbringen. Was ist denn da? Jetzt sind wir in Führung. Ah ja, wir können mit dem Ketzel tpn. Mit dem tp. Das können wir. Zum Ketzel kannst du mit dem tpn. Ah, sie sind Plätze an 4 oder 3. Bring ihn um. Ja, der ist tot. Ja, und er hat jetzt seine Fähigkeit. Oh Mann, er hat jetzt ganz viele Candys. Ja, wir können mit dem Turm ja gar keinen Schaden machen. Bin ich blöd. Wieso nicht? Kann man im Turm keinen damage machen? Nein, im Turm kannst du keinen damage machen. Dann kann man... Ah, Mann. Was gibt's schon? Es geht nur um die Candys. Stimmt. Hat ja gar keine Anziehung. Also wäre ich in 5,5 Minuten mehr Zucker erhalten. Ja, nein, nach 5 Minuten kommt dann Roshan. Und wann ist es durch? Nein, es geht nur mal 10 Minuten. Und dann geht's nur mal 10 Minuten. Glauben ich. Halb Stunde oder 20 Minuten geht's. Pala. Ist ja ewig. Angren, wo bist du? Weiss, ich komme. Aha. Ja. Jetzt habe ich Minibug. Ja, der Level 3 Stun vom Skeletzen. Come on. Oh, der ist unser Zeug, ich glaube. Ah, der klingt zu spüßen Zeug dran. Das Missgebötchen da. Soll ich jetzt echt voll drauf? Ja, voll drauf. Ja. Ja, voll drauf. Stammen. Betäuben, betäuben. Genau. Wenn er gerade wieder rein schiessen. Ja, das ist geil, ja. Ja, das ist ein geiler Mann. Ja. Nehmst du dazu auf mich? Ja. Ja. Ha. Ist doch gut. Ähm. Ich bin da auf der Frau am Platz. Wieso? So wen geht ab? Ich weiß nicht, was. Ich habe mir immer Sorge drauf gehalten. Wenn man es nicht. Ah, das ist weg, ich weiß nicht. Wenn ich mir das. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Jetzt legt ihr die Gescheid schon ins Gefühle. Hier, bringt ihr euch mal ein Dings. Wohin, zum Ding. Aber wir können einfach ein Puschen verdammt nochmal, Mann. Ja, ihr könnt nicht Puschen. Blöde Gewohnheit. Fühl die Gunstl. Ja. Geht es noch ewig an diesem Turm. Jetzt sollte ich jetzt 46 Platz sein. Da ist hier kein Kante. Nimm Kante aus. Nein, nein. Wir sind schon zwei Rachein zum Turm. Ja, wie hat er so viel Schad auf den Einen gemacht? Hast du Handys? Ja, eins habe ich nicht gehabt. Ja, etwa noch 40% können plötzlich alles auf einmal weg. Aber komm, ich habe ja genug Geld um etwas Schönes zu kaufen. Komm jetzt mal raus. Putsch hat kaum HP. Geh mal auf den. Ja, der kommt jetzt einfach raus. Ja. Da haben wir ja schon kaputt. Was dickstuff holen wir jetzt? Der Gegner ist ziemlich heftig am Feuer. Geh mal dein Handy abgallen. Ja, ja. Aber schnell, sonst stirbst du. Ja. Jetzt habe ich noch ein Feigleid in der Klaue. Warte. Unsichtbar. Nein. Pisser. Ich muss zurück in die Base sein, weil es hat viel Geld im Moment. Aber wenn ich lebe. Gib mir ein Feigleid in der Klaue. Gibt mir ein Feigleid in der Klaue. Geh mal runter. Geh mal runter. Geh mal runter. Geh mal runter. Und runter zu unserem Kessel. Wow. Das Spiel stresst nicht mehr. Stresst nicht mehr. Oh. Oh. Du bist schon da. Jetzt ist es 6 Uhr zu 6 Uhr. Jetzt kann ich mir gerade eine Rüstung holen. Jetzt kann ich mir gerade eine Rüstung holen. Oh, wir sind jetzt noch teleportieren. Jetzt kommt jemand. Zu dir. Oh, ich komme auch. Ich bin unterwegs. Ja, ich komme. Oh. Was ist das? Oh, oh. Roshan ist da. Ja, wir haben kein Handy. Hä? Ja, der fragt jetzt, ob die Süssigkeit ist. Und wenn du keine hast, brätschst du dich. Du siehst. Du musst mindestens eins haben, damit du nicht brätschst. Ja, aber jetzt hat mir Roshan killt. Ja, aber jetzt geht's nicht. Ja, aber jetzt geht's nicht. Ja, Tuck. Ja, ich glatt. Als fein klipp klaut. Juhu, eins kann abgehen. Absolut. Du hast schon 3 bildet, fliegt. Ja, direkt. Also sie sind Ficker, Hä. Komm zu mir, alle. Ich kann jetzt nichts machen, ich habe auch 3 auf der Pelle, die wir hinten sind. Ah, die Kellen. Der will doch auch Candy. 57, 56. Ah, doch walsch. Das ist doch schön. Oh, das ist nicht mehr schön. Da liegt noch Candy oben bei uns im Turm. Dann der Mann, dann der Mann, dann der Mann. Ja, Tuck. Hahaha, das ist eine Hucke, wie geil. Jetzt ist es noch behindert, ich liebe Rubik. Ich bin echt. Oh, hast du die Hucke gesehen vom anderen? Warte kurz schnell. Der, der Rubik gespielt, warte mal. Gib ihm Doshanais, der kommt jetzt zu uns hoch. Aha. Warte, warte, warte. Warte bis er kommt. Warte bis er kommt. Wie gebe ich es ihm? Einfach rein anschiessen, wie ich esse. Wie viel Glück, wenn er in den Mann hat. Hast du es gemacht? Ja, ist gut, jetzt geht er auf den nächsten. Jetzt geht er auf den Karten. Ach du die Karten. Ach du, die Karten, die kommen, ich komme. Ach du, die Karten, ich komme. Ach du. Ach du! Gib 1 zurück Ich denke, er kommt hinterher im Fall dieses Base Entweder killt er dich oder du gibst ihm ein Cookie Anders wirst du ihn nicht los Kann man aus dem eigenen Kessel ein Oh, ist alle zum Kessel Hey, wie sie so missgeboten sind Gib ihm das, gib ihm das, gib ihm das Gib ihm das Candy, gib es ihm Roshan Gas in der Jacke Jetzt müssen wir unbedingt klauen Ja, müssen wir geklauen Was, ich bin... Aha, er hat Medi Beschwebung Er ist sehr lang genug Ja, das Problem ist die andere Seite Rubik, gib ihm das Candy Gib ihm das Candy Ja, das Problem ist die andere Seite Ja, das Problem ist die andere Seite Oh, jetzt hat der Weg Teleportiert du so fies von denen Die Teleportiere und Unsichtbaren Wir haben nichts von denen Wir haben mal ab innen geflangen Über dran Ich habe gewinnert, keinem Ich muss teleportieren Ich komme, ich komme Ich komme davon Oh, das ist ein Feind Geht auf mich Ich gehe auf mich Ich gehe auf mich Fahrt Ja, ich habe Ich kann nicht nur noch Scheiss Gib ihm das Candy Gib ihm das Candy Ich lasse dich ab Dankeschön Und die Menschen ist davon Wo ist er? Skeleton King Weisst du, wir sind Huren hinterher Das ist... Ja, weisst du, was das Problem ist? Das Mütter, weil er nicht so am Level voraus Nein, da ist es nicht Gib ihm das Candy Ich habe keine Ich habe keinen Ich habe keinen Ich habe den Den, der da Es muss nicht genau diesen Das Candy geben, das Verfolgt wird Das kann jeder machen Du bist für 18 Ja, wir haben ihn verloren Die Sammler wie blöd, die Heide Oh, ich fahre sie mit dem, wo du das kennst. Rubik hat das kennst, Jungs gibt es nie einen. Ja, sie kann. Ja, schon vorher, Jungs. Völlig heiss auf dem Ort. Ja, ich hasse ihn. Geht jetzt auf mich? Hilfe! Roshan geht auf mich. Ich will dich nicht so verarschen, Mann. Da oben ist kein Handy. Ich habe gar nichts. Ob der dumm ist. Wo? Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Und jetzt wird da liegen. Ja, ich komme ja in die Blackfin Bar. OPE! OPE! Ach, kein Mann. Ah, was? Oh nein. Nein. Ja, ich sage ja, wir haben schon lange verloren. Roshan. Ich muss hier jemanden im Team haben, der so wie der Anti-Mage rumblinken kann. Ich kann blinken, aber das bringt mir nichts, wenn die irgendwie 4-5-Level über mir sind. Ich kann nichts machen. Wir haben schon lange verloren. Sagen sie ja. Na, jetzt Klaus ist der Reste. Wie kein Schaden nimmt der Anti-Mage. Es ist ein Schaden. Du werbst sehr. Du werbst sehr. Dann müssen wir uns alle wieder durch. Dann muss der Reste weg sein. Roshan Wanns Witts von der Gaia. Just your best. Wie schnell ist das mit Tief Island? Das gibt es ja nicht. Ah, eh weh. Die Hucke ist in den Atmen. Die Hucke ist in den Atmen. Die Hucke ist in den Atmen. Ja, ich kann nicht weg. Alleine sterben. Die Hucke ist in den Atmen. Die Hucke ist in den Atmen. Warte mal. Warte mal. Ich habe die Hucke gesagt. Ja, leh doch nicht vor mir weg. Ich kann ihm gehen. Ja. Weißt du, wenn wir den killen, aber wir kommen sicher sehr viel. Okay, wir können ja die Hucke. Okay, wenn man sich da liegt. Ah, er hat ja noch. Wird süß geklärtet werden? Ja, auch tot kann man besser. Ja, scheißen Bot hat geklärt. Ja, klinkst vorhegen. Ja. Ja, wieso hätte es jetzt... ja, Silence, super. Was passiert jetzt? Jetzt müssen wir aber eher noch umholen. Zahlt ihr ab? Ah nein. Aha, dann lasst ihr nochmal alles hier fehlen, oder was? Wow, wie viel Geld da kommt man? Also jetzt kommen alle drauf. Ja, du kannst übrigens 8 Porten mit dem TP bis zu ihm. Indien 16000 Goals. Also nicht alles voll. Ja nein, Platz frei. Scha... Warum halt gewinnen, oder wie? Ah ja, wir brauchen den noch. Aha. Es ist lustig, wenn wir noch mehr spielen. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ah, jetzt hier. Der ist nicht. Wauw! 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 Ich bin tot. Extrem wie das ich abgeging hab! HäBi nicht, Hä? Insta tot, oder was? Black schützt PKP vor seinem Schadenschütze von den Feldfeiten Das ist lustig lustig, der macht Kills, der Rochan Das klappt nicht, der macht zu viel Kills Man kann die alle gar nicht töten Ja, das ist schon so Nein! Nein! Oh 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 Mysterio Man will die You're the ghost Der Arm, wo schade Häh, wer in der dort Das ist lustig What the hell Oh, mythische Angst habe ich bekommen. Nice. Was habe ich bekommen? Wegsessen. Du bekommst immer etwas. Diese gewöhnlichen Sensen. Nice.